Wir von der Spielgemeinschaft Aschau-Bernhof-Rasdorf sind deswegen die richtigen Sternenbanner-Kids, weil alles engagierte und motivierte Spieler dabei sind, die Spaß am Fußball haben und die möchten sich natürlich so ein Event nicht entgehen lassen. Also ich denke, wir sind die beste Mannschaft dafür, weil wir einfach interessiert am Fußball sind und meiner Meinung nach ist die Champions League der Höhepunkt des Fußballs und da sollten wir auf jeden Fall mal dabei sein, um unsere Stars einfach mal live zu sehen. Genau, es ist eine riesige Erfahrung, wenn im Champions League dabei zu sein, die Stimmung ist wahnsinnig unvergleichbar mit der Liga und so hat er bei den Stars, das ist ein einmaliges Erlebnis im Leben, das man nie vergessen wird. Unsere Mannschaft ist seit diesem Jahr, wie gesagt, eine Spielgemeinschaft und aus drei Orten bestehend, eben Aschau, Bernau und Frasdorf, hat sich sehr gut bewährt und natürlich auch der Konstellation von der Altersklasse, dass viele Vereine nicht immer eine eigene Mannschaft stellen können, haben wir die zusammengefasst und wir hoffen, dass wir da guten Erfolg haben werden und dass wir die Leute zusammen, die Jungs zusammenschweißen werden. Der FC Bayern ist halt einfach meine Heimat. Es gibt nichts anderes in Bayern, das würde ich mal sagen. Und ja, FC Bayern, schon allein die Farbe rot ist Wahnsinn. Lieblingsspieler gibt es viele. Ich würde mal sagen, vom Können her ist der Ribéry einfach einer der Stärksten und ja, Schakiri wird dann wahrscheinlich dann irgendwann mal ersetzen. Also von dem her, die beiden sind schon sehr groß. Bei mir ist der Schweinsteiger, der spielt auf der gleichen Position, wie ich. Es ist ein Wahnsinn, wie der auf dem Platz dasteht. Einfach eine Führungsfigur und wie das Spiel aufzieht von hinten nach vorne, das ist unvergleichlich, finde ich.